So, Let's Dock. Warum Let's Dock? Natürlich, weil Dokumentarfilm die unterschätzte Gattung ist und im Kino mehr stattfinden sollte. Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit haben, dem Publikum zu zeigen, was Dokumentarfilm alles kann. Mehr als Journalismus. Dokumentarfilm kann einen zum Lachen bringen, zum Weinen, kann Emotionen vermitteln wie kaum eine andere Filmform. Und ich freue mich, dass es dafür endlich einen Tag gibt, einmal im Jahr Let's Dock. Gerade in Zeiten, in denen die Kinos mehr Zuschauer brauchen, ist es gute Eikäste zu schaffen und das macht Let's Dock.